Die Müse-Kieße entstehend seufzt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dieser Situation zufrieden bin. Wenn wenigstens die Stadtoberen es für nötig befunden hätten, mich für das zu bestrafen, was ich getan habe. Aber so erhalte ich vielleicht die Chance, für mein Vergehen zu büßen und ich werde sie nutzen. Helm sieht alles, wisset dies und seid gerichtet. Ich kann ihn höchstens selbst hinrichten. Ein Wund, ihr erhält keine Vergebung. Ich werde euch selbst richten. Wenn dies Helms Wille ist, werde ich durch eure Hand sterben. Ich werde mich nicht gegen euch verteidigen. Bedenkt doch, jedoch, dass die Helmpriester mich verteidigen müssen. Der Wachsame kennt alle eure Sünden. Willkommen beim Wachsames Schild. Unsere Hingabe an den niemals wohnen ist unerschüttert. Bitte erlaubt uns, euch unter dem ewigen Blick von Helm zu beschirmen und zu beschützen. Sorry, aber die Vorstellung, ständig euren bohrenden Blick im Nacken zu haben, geht mir gegen den Strich. Ich finde die Tür schon selbst. Der Wachsame kennt alle eure Sünden. Wir sind anscheinend auf der Suche nach einem Wostok-Habberkopf. Ist er euch bekannt? Wostok, den kenne ich wohl. Allerdings habt ihr ihn knapp verpasst. Er ist mit seinen Leuten in die Kanäle hier im Viertel gezogen, um irgendeiner Sache nachzugehen. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Was hat er anzubieten? Schlafen kann ich hier drin wahrscheinlich nicht. In die Kanäle. Wostok-Habberkopf. In die Kanäle hier. Wenn es denn sein muss. Das ist gut. Wostok-Habberkopf. Wostok-Habberkopf. Ah, war das nicht die eine spezielle Quest, die durch die Mods dazukam? Also dem Paladin dort drin konnte ich nicht helfen. Ich konnte nicht mal schlafen. Ich habe sehr lange. Hm. Wostok-Habberkopf. Was sind hier eben? Kanäle? Da. Da ist die Kanalisation. Ich wollte sowieso mal wieder schlafen. Also würde es sich sogar anbieten. Was ist denn das? Interessantes Gebäude. Da ist ein Wostok-Habberkopf in den Kanäle. Komm, gehen wir gleich mal da rein. Was am nahelie geht es denn da einfach mal? Nachzuschauen, was hier abgeht. Ah, es geht hier ab. Gebiet wird geladen. Kibiet? Ja, ja. Was? Edwin? Schlafen. Sehr gut. Ja. Hier waren wir schon mal. Wo könnte der Hammerkopfkopf hin sein? Wir können noch Kreischlinge versteckt sein. Wir haben noch nicht alle. Wie wäre es da mit Dreckskerlen und Gnade? Hier haben wir es. Vier Stöcke. Eure wertloses Leben wird hiermit beendet. Schade, dass es noch nicht alle waren. Blö, Bäh, Krach, Bäng, Bumm. Die Möne ist schon wieder so akkromäßig unterwegs. Auch hier gibt es Ratten. Komm, der Rede wird. Oder auch Kreischlinge genannt. Wir suchen ja sowieso nach den Typen. Er hat gemeint, dass er in der Kanalisation ist. Also müssen wir in der Kanalisation abzuziehen. Kreischlinge. Uh, viele Kreischlinge. War es nicht irgendwas? Bloß 20 hat er gemeint. Können wir ja schon bald alle haben. Meine Klinge wird euch durchstützen. Eure wertloses Leben wird hiermit beendet. Wie wäre es da mit Dreckskerlen? Ah, Kreischlinge kommt weg. Werdloses Leben wird beendet. Uh, der hat sogar eine Schriftfolge dabei. Identifizieren. WTF. Soll ich das... Oh, verdammt. Soll ich das mitnehmen? Oh, vermutlich hier... Noch eine Rolle. Dann muss ich sogar nochmal zurück in das Gebiet. Ein Kreischling ist mir doch davon gelaufen, oder? Da ist er. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Hau da drauf! Diese Aliens hier. Jetzt macht er kein Quittit mehr. Ich will doch gar keine Notfallzauber oder irgendwie in der Art machen. Ratten. Ich glaube mal, dass dieser Vostok, oder wie der hieß, nicht unbedingt nach Ratten gesucht hat. Von da kam ich. Das ist voll das Labyrinth hier unten. Wenn ich jetzt nochmal weitere Kreischlinge habe, dann hole ich mir noch die Fälle von denen, die ich gerade erschlagen habe. Das ist das Alpgebiet. Hier macht der Vogel auf jeden Fall keinen Gezwitscher mehr. Das ist gut. Dann gibt es ja auch keine mehr. Ich hoffe, das bringt was. Hier mit den Fällen. Zehn. Das sind auch Kreischlingsfälle, oder? Hammer 14. Wenn ich mich richtig erinnere, und es sind 20, dann fehlen ja nicht mehr viele mehr. Das wird jetzt ziemlich knifflig, da diesen Hammerkopf zu finden. Ich wüsste auch gar nicht, wo das sein könnte. Könnte auch dort unten sein. Hier wegen den Mutanten. Da waren ja, glaube ich, irgendwelche Mutanten mal in der Kanalisation. Das könnt ihr vielleicht untersucht haben. Oh. Perfekt. Speichern. Sieht nach einer bewaffneten Truppe aus. Vielleicht sollte ich mich positionieren gegen die. Gehen wir alle in den Namen. Also reden wir mal mit dem Wurstok. Ich brauche ein schlugstarkes Rägenbier. Jeder, wer schleicht hier unten herum? Lasst euch anschauen, Mensch. Wir sollten sie umbringen. Nur zur Sicherheit. Danke, mein Guter. Aber doch etwas einseitig, begabte Freund. Wir können nicht einfach jeden umbringen, der uns über den Weg läuft. Ja, er hat recht. Sie sehen nicht wie Leute aus, die sich hauptberuflich in Kälten herumtreiben. Also sprecht, was kann der alte Wurstok für euch tun. Ich bin Shadow. Wir haben hier ein Tagebuch, das ihr euch einmal anschauen solltet. Ein Tagebuch? Lasst mich sehen. Das ist Baschricks Tagebuch. Also stimmen die Gerüchte. Ist er tot? Es war ein Hinterhalt. Wir konnten nichts tun. Ich glaube nicht, dass es euch für eine Schuld trifft. Aber ihr solltet wissen, dass ihr dort auf eine große Sache gestoßen seid. Hört zu, ich will ehrlich zu euch sein. Wir brauchen eure Hilfe. Die Suche nach dem Kult wächst uns über den Kopf und wir haben noch so viel anderes zu tun. Baschricks erwähnte einen gewissen Draglon in seinen Aufzeichnungen. Wenn es tatsächlich ein Koordinator ist, dann müssen wir ihn loswerden. Übernehmt das für uns, guter Mann. Ich würde es selbst tun, aber ich fürchte, dass unsere Gesichter bereits zu bekannt sind. Wollt ihr uns helfen? Macht es sich bezahlt? Ihr könnt keine großen Reichtüme erwarten, Shadow. Wenn ihr danach sucht, dann solltet ihr bei den Schlangen nachfragen. Wir können euch aber garantieren, dass ihr das Richtige tut. Ich will die Quest. Also gut, ich werde es tun. Die Mordinsaman müssen euch geschickt haben, damit ihr uns helft. Sucht diesen Draglon und bringt ihn zum Schweigen. Egal wie. Wir treffen uns im Tempel des Helden wieder, wenn alles vorbei ist. Sonst schlagen wir euch den Schädel ein. Tag, ihr seid, wie ihr seid, bist unmöglich. Nun dann, Freunde, verlassen wir diese Mahler schon im Ort. Möge Klangeding uns beistehen. Toll. Aber verraten wo? Toll. Der Fall geht so, dass er Mächtigen zu tun hat, damit sie zum Mädchen eingefahren hat. Der muss ihn aber zusätzlich noch gedeutscht haben. Sonst hätte er der Mächtigen nicht getötet. Ich habe natürlich schon wieder den Namen komplett vergessen. Den kann ich mir nochmal nachschlagen. Wie heißt der? Draglon. 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 Ich gehe mal davon aus, dass es nicht so einfach wird. Ich kümmere mich drum. Machen wir einfach mal weiter. Vielleicht läuft er mir mal über den Weg. Leider haben die mir keinen direkten Anhaltspunkt gegeben, wo dieser Typ sein könnte. Oder ich habe ihn eiskalt übersehen. Oder vielleicht ein neues Gebiet freigeschaltet. Es ist mir so schwierig auf dieser Karte zu entdecken. Die Karte ist so klein. Dämmerwald. Sehr schön, sehr schön. Aber dann hätte ich wahrscheinlich auch irgendwann den Hinweis bekommen. Karte wurde aktualisiert. Das war eine schöne Geschichte. Als er seinen Freund den Halbling retten musste. Vor dem Meuchelmörder. Uh, fast wäre ich da hingereist. Hier gibt es sonst... ...dolchfurt. Hier gibt es sonst... ...dolchfurt. ...dolchfurt. Okay, wo sind wir jetzt da? Ich habe kein Interesse mit solchen wie Ihnen zu sprechen. Ja, warum redest du dann mit mir? Zehn extra für... Oh Mann. Ich hoffe, das bringt was. Nee, das habe ich jetzt nicht vorgelesen. Das war sowas von unsinnig. Zu den drei alten Fässern. Oh, eine Lokalität. Vielleicht findet man da einen Drablo. Ich kümmere mich drum. Ich fürchte, es kommen finstere Zeiten auf uns. Ich wurde geschickt, um euch und eure Freunde von Thundalyn... ...vor Thundalyn zu warnen. Er ist ein mächtiger Paladin hier in der Stadt... ...und stellt für euch eine große Gefahr. Ich würde vorschlagen, dass ihr einen großen Bogen um ihn macht. Na... Wo ist dieser Typ, von dem ihr besprecht? Vielgewöhnlich ist in der Taverne elf Gesang zu finden. Aber ich würde euch nicht raten, da hinzugehen. Wenn ihr dort etwas zu erledigen habt, dann tut das nach, Sonnenuntergang. Okay. Okay. Yikes. A draw. Lass uns alleine. Ja. Hier ist nix für dich. Ihr stinkt nach einem teuerlustigen Spitzflug. Und das seid ihr auch. Ja. Ja.